Der Untergang Trojas. Eine der geheimnisvollsten Geschichten, die je erzählt wurden. Der Krieg vor den Toren der Stadt dauert schon fast zehn Jahre. Griechen kämpfen gegen Trojaner. Die mächtige Stadt bleibt standhaft, ihre Mauern scheinen undurchdringlich. Bis die Trojaner ein verhängnisvolles Geschenk erhalten. Im Bauch des riesigen Holzpferdes, das sie in ihre Stadt ziehen, lauern die besten Kämpfer der Griechen. Sie besiegeln den Untergang der glorreichen Stadt. Seit Jahrtausenden ist das trojanische Pferd Symbol für einen kühnen Plan, für List und Tücke. Dieses Bild hat seinen Weg sogar in die Welt der Informatik gefunden. Aber was wäre, wenn das Pferd gar kein Pferd war? Francesco Tiboni zweifelt an der Geschichte des trojanischen Pferdes. Der italienische Archäologe ist Spezialist für Schiffbau und Seefahrt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die jahrtausendealte Überlieferung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das erste bekannte Werk, in dem die Legende vom trojanischen Pferd erzählt wird, stammt von einem der berühmtesten Dichter der Antike, von Homer. Wir alle kennen die Geschichte vom trojanischen Pferd, aber was wir nicht wissen ist, was tatsächlich passiert ist. Wir haben keine genaue Vorstellung davon, wie es zur Zerstörung Trojas kam und was wirklich in jener Nacht geschah. Denn diese Nacht wurde nicht eindeutig von Homer beschrieben, sondern erst im Nachhinein. Homers Epen erzählen von der späten Bronzezeit, um 1200 vor Christus. Es ist eine Zeit voller Konflikte und Krisen, in der eine der mächtigsten Hochkulturen untergeht. Die Kultur der Mykena. Nach dem Zusammenbruch dieser goldenen Ära beginnt die Zeit der sogenannten dunklen Jahrhunderte. Erst über 400 Jahre später betritt Homer die Bühne der Welt. Er ist der erste, der die Geschichten über die einst glorreiche Vergangenheit der Griechen niederschreibt. Die Ilias und die Odyssee entstehen. Seine Epen werden zum Jahrhundertmythos. Bis heute geben sie Rätsel auf. Im Lauf dieser mündlichen Überlieferung kommen natürlich Elemente der jeweiligen eigenen Lebenswirklichkeit mit hinein, so dass wir bei allem, was bei Homers immer steht, uns überlegen müssen, bezieht sich das nun tatsächlich auf etwas, was aus der Bronzezeit tradiert ist oder auf die Lebenswirklichkeit aus der Zeit Homers. Beides steckt da drin. Homers Ilias handelt von dem Konflikt der Griechen mit den Trojanern. Der Krieg entspinnt sich zunächst zwischen Sparta und Troja. Und auch die Götterwelt ist involviert. Ausgelöst wird der Trojanische Krieg von Paris. Er ist der Sohn von Priamos, dem trojanischen König. Bei einem Besuch der Trojaner in Sparta trifft Paris auf die wunderschöne Helena. Sie ist nicht nur die Frau des Königs, sondern gilt auch als die schönste Frau der Welt. Bei Paris ist es Liebe auf den ersten Blick. Er entschließt sich, die schöne Helena in seine Heimat zu entführen. Als die Trojaner sich weigern, Helena freizugeben, nehmen die Griechen das als Grund, um zu den Waffen zu greifen. Eine beeindruckende Armada von angeblich knapp 1200 Schiffen segelt gegen Troja. Aber der Krieg ist für die Griechen nicht einfach zu gewinnen. Er dauert zehn zermürbende Jahre. Trojas Mauern halten stand. Das Ende dieses nicht enden wollenden Krieges besiegelt erst ein gottgesandter Gedanke, wie es bei Homer heißt. Eine List. Zum Schein brechen die Griechen den Krieg ab und besteigen ihre Schiffe. Den Trojanern hinterlassen sie ein vermeintliches Geschenk. Ein riesiges Pferd aus Holz, als Weihegeschenk für die Göttin Athene. Im Bauch des Pferdes aber sitzen Odysseus und die besten Krieger der Griechen. Ahnungslos ziehen die Trojaner das Pferd in ihre Stadt. In der Nacht steigen die Männer unbemerkt aus dem Holzpferd und besiegeln Trojas blutiges Ende. So erzählt es Homer. Begibt man sich in Homers Texten auf die Suche nach einer genaueren Beschreibung dieser Nacht, dann gibt es ein Problem. Homer erzählt uns in der Ilias nur bis zum Vorabend des Sieges. In der Odyssee fängt er dann erst am Tag nach dem Sieg wieder an. Damit hinterlässt er für die fragliche Nacht von Troja eine Lücke. Homers Ilias ist also eine Sackgasse. Um die richtige Quelle für das trojanische Pferd zu finden, muss Francesco Thiboni weitersuchen. Fündig wird der Unterwasserarchäologe im zweiten Werk Homers, in der Odyssee. Das Epos beginnt nach dem Untergang Trojas und berichtet von Odysseus verzweifeltem Versuch heimzukehren, gegen den Zorn der Götter. In der Erzählung wird das Unglück der Trojaner geschildert, wie sie das hölzerne Pferd in die Stadt brachten, wie die Griechen aus dem Pferd stiegen und das stark befestigte Troja besiegten. Thiboni ist aber an der kargen Beschreibung vom Holzpferd hängen geblieben. In der Odyssee beschreibt Homer das Pferd nicht. Wir wissen nicht, wie es aussah, wie groß es war, ob es einen Kopf hatte, Beine, nichts. Und das ist merkwürdig, denn wir kennen Homer als einen Schriftsteller, der in seinen Beschreibungen immer sehr penibel und sehr präzise ist. Aber was das Pferd betrifft, gibt es nichts Genaues. Wenn das hölzerne Pferd so kriegsentscheidend war, warum beschreibt Homer es dann kaum? In einer altgriechischen Abschrift der Odyssee steht lediglich die Bezeichnung Durateos Hippos. Für Francesco Thiboni ist das aber die entscheidende Stelle. Was genau ist mit Durateos Hippos gemeint? Aus den ältesten Dokumenten geht hervor, dass Durateos in Wirklichkeit nicht bedeutet aus Holz, sondern aus Planken gemacht. Durata ist für Homer nicht das Holz im Allgemeinen, sondern mit diesem Wort beschreibt er in allen Abschnitten der Ilias und der Odyssee die Beplankung der Boote. Ein Pferd gemacht aus Planken. Diese konkrete Bezeichnung wählt Homer an der Stelle der Odyssee, an der er die List mit dem Holzpferd ausführlicher erzählt. Doch was führte zum Ende von Troja? Die Ausgrabungsstätte der berühmten Stadt liegt im Nordwesten der Türkei. Troja soll sich auf einem weitläufigen Hügel befunden haben. Seit 2013 ist Rüstem Aslan der dortige Grabungsleiter. Troja fiel vor etwa 3000 Jahren in die Bedeutungslosigkeit. So blieb es, bis Archäologen vor gut 200 Jahren ihre Ruinen entdeckten. Die imposante Anlage zeugt von der einstigen Macht der Stadt. Die besondere Bedeutung Trojas erkennt man auch an den zahlreichen Wehrmauern um die gesamte Stadt herum, die insbesondere der späten Bronzezeit zugerechnet werden. Man erkennt, dass Troja Maßnahmen ergriffen hat, um sich zu schützen. Troja war mit seiner strategisch wichtigen Lage letztendlich ein Ort, den jeder besitzen wollte. Die Stadt Troja liegt an den Dardanellen, dem einzigen Seeweg zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. In der späten Bronzezeit eine wichtige Handelsroute. Troja kontrolliert damals den Schiffsverkehr, erhebt Zölle und wird zur blühenden Metropole. In Homers Epen beendet der Krieg gegen die Griechen Trojas Blütezeit. Hat wirklich ein großer Krieg das Ende der Stadt besiegelt oder doch eher eine lange Reihe von zermürbenden Schlachten? Insbesondere am Südtor sind deutliche Zerstörungsanzeichen zu erkennen. Und auch die restlichen gefundenen Gegenstände, wie Pfeilspitzen, andere Kriegswerkzeuge und Skelette, auch wenn es nicht viele sind, beweisen dadurch, dass sie nicht vergraben wurden, sondern einfach so da liegen, dass Troja durch einen einzigen Krieg, einen Brand oder einen Angriff von außen zerstört wurde. Troja war nach damaligen Maßstäben unbezwingbar. Nur dank ihrer List konnten die Griechen die Mauern überwinden. Doch hätten sich die Trojaner von einem Holzpferd täuschen lassen? Die Suche nach dem Pferd, dem Hippos, führt Thiboni nach Malta. Hier trifft er Tim Gambin, der Unterwasserarchäologe untersucht ein Schiffswrack aus der Zeit von Homer. Wir haben den Meeresgrund vor der Bucht von Schlendi mit einem hochauflösenden Sonargerät vermessen. Einer der Funde, auf die wir hier gestoßen sind, hat sich als ein schönes antikes Schiffswrack herausgestellt. Vermutlich ist es das älteste seiner Art im zentralen Mittelmeer. Die Überreste des Schiffes liegen in großer Tiefe. Jeder Tauchgang ist eine Herausforderung. Das Wrack auf dem Meeresgrund verspricht ein Schatz für die Archäologen zu werden. Es handelt sich um ein Schiff der Phönizier, legendäre Seefahrer, die einst das Mittelmeer beherrschten. Bis das Wrack vollständig geborgen werden kann, wird es noch etliche Jahre dauern. Die Amphor ist 2700 Jahre alt, aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit von Homer. Ich denke, wir müssen vor allem unvoreingenommen sein, um die antiken Mythen besser verstehen zu können. Wir können Homers Eben lesen und sie als fantastische Beschreibungen abtun. Aber schaut man genauer, kann man eine Verbindung zur Realität herstellen. Bei Homer werden die Phönizier als versierte Seeleute beschrieben. Das Wissen über Bauweise und Aussehen der Schiffe aber erhalten Forscher durch Wrackfunde. Francesco Tiboni entdeckt auch Darstellungen von phönizischen Schiffen. Antike Reliefs zeigen sie mit Pferdeköpfen. Kannte Homer diesen Schiffstyp aus eigener Anschauung? Diese Schiffe wurden Hippos oder Hippoi genannt, also Pferd. Sie waren wahrscheinlich etwa 15 Meter lang und wurden mit einem Pferdekopf am Bug oder an Bug und Heck gebaut und waren Schiffe levantänischen Ursprungs. Wir wissen sehr wohl, dass schon die frühen Griechen diesen Schiffstyp kannten. Für Tiboni stellt sich die Frage, ob Homer mit Durateos Hippos den phönizischen Schiffstyp, den Hippos, gemeint haben könnte. War das trojanische Pferd tatsächlich ein Schiff? Francesco Tiboni ist davon überzeugt. Die Vorstellung von Pferd und Schiff ist in der Antike sehr weit verbreitet. Das heißt, die Parallele zwischen Pferd und Schiff ist sogar so weit verbreitet, dass es Texte gibt, in denen Schiffe als Pferde beschrieben werden. Andererseits gibt es frühe Darstellungen des trojanischen Pferdes, wie hier auf dem Pythos von Mykonos aus dem frühen 7. Jahrhundert vor Christus. Sie sprechen gegen die Theorie vom trojanischen Pferd als Schiff. Was wir an Darstellungen des trojanischen Pferdes haben, und zwar bereits seit der Zeit Homers oder sehr kurz danach, das sind wirklich Pferde. Also der trojanische Hippos wurde offensichtlich von Homer selbst bereits als Pferd betrachtet. Für ihn war das ein Pferd. Frühe Abbildungen zeigen aber sehr unterschiedliche trojanische Pferde. Auf dieser Fibel, einer Gewandspange, ist die Darstellung eher technisch. Ein Pferd mit Rädern. Die Darstellung des Pferdes auf diesem Arriballos, einem krugähnlichen Gefäß, ist eher naturnah. Für Tiboni ist genau das ein Widerspruch. Nicht einmal zwei Darstellungen lassen sich einem Prototyp zuordnen. Warum sollten die Trojaner ein Holzpferd der Griechen in das Innerste ihrer Burg ziehen? Nach zehn Jahren erbittertem Krieg. Vielleicht kann einer der größten Wrackfunde des 20. Jahrhunderts Licht ins Dunkel bringen. 1982 entdeckt ein Schwammtaucher zufällig bei Ulu Burun, südwestlich der Türkei, ein antikes Wrack samt Ladung. Zwei Jahre später beginnt die Bergung durch Archäologen. Bei den zahlreichen Tauchgängen stellt sich heraus, dass das Schiff aus der Bronzezeit auf einer besonderen Mission unterwegs gewesen sein muss. Dieses Schiff ist kein normales Frachtschiff. In keinem anderen Schiff haben wir eine Ladung, die eine so große Vielfalt an Rohstoffen und Kostbarkeiten aufweist. All das zeigt, dass es einen Austausch auf königlicher Ebene gab. Deshalb vermuten die Forscher, dass die Ulu Burun ein Beleg für diplomatische Beziehungen in der späten Bronzezeit ist. Womöglich war das Schenken von kostbaren Gütern zwischen Königreichen damals üblich. Nach Romers Erzählung ist das trojanische Pferd ein Geschenk der Griechen an die Trojaner. Wenn es sich hierbei tatsächlich um ein Schiff, ein Hippos, gehandelt hat, dann hätten die Trojaner es als Geschenk angenommen. Davon ist Francesco Tiboni überzeugt. Als Beleg für seine Theorie bringt er das sogenannte Bronzefries von Balawat aus dem 9. Jahrhundert vor Christus ins Spiel. Dargestellt ist die Unterwerfung verschiedener Völker vor dem assyrischen König Salman Asar III., darunter auch Seefahrer in ihren Schiffen. Hier sind vor allem zwei Hippoi dargestellt. Oder besser gesagt, es sind drei Metallbänder mit jeweils zwei Hippoi pro Band. Und es handelt sich um phönizische Schiffe. Dass sie Phönizier sind, erkennen wir anhand dieser spitzen Kopfbedeckung und der Kleidung. Sie bringen ihren Tribut nach der Niederlage in einer Schlacht, in einem Krieg um die Kontrolle der Seewege. Wir sehen hier also, was im Grunde dann in Troja passiert ist. In einem Krieg um die Kontrolle der Seewege und mit einem Verlierer, der seinen Tribut mit einem Hippos entrichtet. Aber wenn es um die damals übliche Ladung als Tribut ging, wie wahrscheinlich ist es, dass die Trojaner das komplette Schiff in die Stadt ziehen? Also die ganze Geschichte funktioniert ja nur deswegen, weil die Griechen ein Weihgeschenk hinterlassen, was für Athena gedacht ist. Damit gehört ist der Göttin Athena und muss dann, das ist das religiöse Erfordernis dann, auch in das Heiligtum der Athena gebracht werden, was sich in der Stadt befindet. Die Griechen zur Zeit von Homer, so vermutet Francesco Thiboni, konnten davon ausgehen, dass ein zurückgelassenes Schiff als Geschenk und Zeichen des Rückzugs verstanden wird. Und die Trojaner wiederum hätten diese Form der Unterwerfung angenommen und den Hippos in ihre Stadt gebracht, in der Gewissheit, dass der zermürbende Krieg um Troja endlich vorbei ist. Die Sage vom Krieg um Troja wurde über viele Jahrhunderte nur mündlich weitergegeben, bis Homer sie in seinen Epen verewigt hat. Die Erzählungen wirken fort. Das trojanische Pferd von damals ist längst Teil der Kultur von heute. Ob ein Hippos, also ein Schiff, oder ein überlebensgroßes Holzpferd den Griechen als Versteck diente und Trojas Untergang besiegelte, lässt sich trotz spannender Forschung nicht zweifelsfrei klären. Der Mythos vom trojanischen Pferd lebt weiter. Was glaubt ihr? Ist es vorstellbar, dass das trojanische Pferd ein Schiff war? Und warum? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da.